Was ist Methicillin-resistente Staphylococcus aureussepsis? Methicillin-resistente Staphylococcus aureussepsis ist eine Blutinfektion mit Staphylococcus-Bakterien, die gegen eine Behandlung mit Methicillin und oft auch mit anderen Antibiotika resistent sind. Dieser Zustand kann lebensbedrohlich sein, bis die bakterielle Infektion unter Kontrolle gebracht werden kann. Da die Staphylococcus-Organismen sich einer Behandlung mit vielen Antibiotika der ersten Wahl widersetzen, muss der Patient möglicherweise eine Behandlung mit mehreren Medikamenten erhalten, bevor eine wirksame Behandlung gefunden werden kann. Die Methicillin-resistente Staphylococcus aureussepsis begann sich in den 70er Jahren zu entwickeln, wo sie vor allem bei älteren Erwachsenen, Personen mit geschwächtem Immunsystem und intravenösen Drogenkonsumenten ein Problem darstellte. In den 1990er Jahren trat Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus an immer mehr Stellen auf und wurde zu einer immer häufiger im Krankenhaus erworbenen Infektion. Menschen können Methicillin-resistente Staphylococcus aureussepsis durch chirurgische Eingriffe, durch dringende Fleischwunden und andere Situationen, in denen sie Methicillin-resistenten Staphylococcus Aureus-Bakterien ausgesetzt sind, erhalten und die Bakterien gelangen in die Blutbahn. Sobald sich Bakterien im Blutkreislauf befinden, können die Patienten Symptome wie Fieber, Schüttelfrost, Verwirrtheit, Hyperventilation, Hautausschläge, Zittern und einen möglichen Bewusstseinsverlust entwickeln. Die Behandlung von Sepsis im Allgemeinen sind Antibiotika, die auf einer Intensivstation intravenös verabreicht werden. Bei der Methicillin-resistenten Staphylococcus aureussepsis erhält der Patient in der Regel ein Medikament wie Vancomycin oder Trimetoprim. Zusätzlich zu Antibiotika kann der Patient auch eine unterstützende Behandlung benötigen, ZB auf ein Beatmungsgerät gelegt, auf Organschäden überwacht und auf Anzeichen von Komplikationen untersucht werden. Aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Ausbreitung von Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus können Patienten mit Methicillin-resistenter Staphylococcus aureussepsis isoliert und in einem sicheren Bereich behandelt werden. Dadurch soll verhindert werden, dass Bakterien in andere Bereiche einer Krankenhauseinrichtung gelangen, um die Sicherheit anderer Patienten zu gewährleisten. Personen, die mit dem Patienten interagieren, müssen möglicherweise besondere Vorsichtsmaßnahmen einhalten, da sie als Vektoren für den Transport der Bakterien in andere Teile des Krankenhauses fungieren und möglicherweise Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus direkt von Patient zu Patient übertragen können. Bei einer unterstützenden Behandlung in einem Krankenhaus variieren die Heilungschancen und die Einzelheiten des Einzelfalls sollten mit einem Arzt besprochen werden, um mehr über die Behandlungsmöglichkeiten und die mögliche Prognose zu erfahren. Die zugrunde liegende Gesundheit des Patienten ist ein Faktor. Je früher eine Behandlung durchgeführt wird, desto besser ist das Ergebnis für den Patienten, und je aufmerksamer das Unterstützen der Personal ist, desto schneller werden potentiell gefährliche Komplikationen erkannt und behandelt. Selbst bei sehr guter Pflege können sich einige Patienten mit Methicillin-resistenter Staphylococcus aureussepsis nicht erholen, da ihr Körper die Bakterien nicht bekämpfen kann und die Komplikationen der Erkrankung überwältigend werden können.